Für unsere Recruiting nutzen wir vielfältige Kanäle und IT-Sachs ist ein Kanal. An IT-Sachs fasziniert mich, dass wir hier die Möglichkeit haben, Bewerbern aufzuzeigen, welche Potenziale, welche Arbeitsmöglichkeiten es in der Region gibt. Und Ziel muss es sein, Menschen an die Region zu binden und in die Region zurückzuholen. IT-Sachs kann aus meiner Sicht einen wichtigen Beitrag leisten, über Arbeitsmöglichkeiten in der Region aufmerksam zu machen. Die T-Systems MMS ist ein großer Arbeitgeber hier im IT-Umfeld in Sachsen und aus meiner Sicht haben wir daher die Verpflichtung, hier auf diese Region auch aufmerksam zu machen. Und zum anderen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, auch noch stärker als MMS sichtbar zu werden. Die T-Systems MMS 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 Untertitelung des ZDF, 2020